Ja, das ist ja praktisch. Kennst du es nicht, oder? Ja, also meine Eltern haben eine, aber die haben das nicht so oft gemacht. Und ich selber noch nie. Obwohl ich jetzt schon ein Jahr im Schwabenland wohne. Das kommt da aus. Bei Bayern machen sie das nicht, oder? Nein, bei Bayern gibt es keine Spätzle. Die Knödel ist auch da das Große, aber Spätzle nicht so. Okay. Das ist super. Da bist du erst mal raufkommen, genau. Da ist noch ein bisschen mehr drin, ich weiß gleich mal rum. So kann ich gerade sein, macht nichts.